Hallo und willkommen zu unserem heutigen Video. Heute wollen wir uns dem Thema Intervallfasten und Muskelaufbau widmen und dabei einige Mythen aufklären, die leider immer noch in der Fitnessszene kursieren. Mythos Nummer 1. Während des Intervallfastens kann man keine Muskeln aufbauen. Das ist falsch. Es ist zwar wahr, dass Muskelaufbau hauptsächlich durch regelmäßiges Krafttraining und eine ausreichende Proteinzufuhr erfolgt, aber das bedeutet nicht, dass Intervallfasten diesen Prozess behindert. Im Gegenteil, einige Studien zeigen sogar, dass Intervallfasten sogar die Fettverbrennung und damit auch den Muskelaufbau fördern kann. Mythos Nummer 2. Während des Intervallfastens werden alle Muskeln abgebaut. Auch dieses falsch. Es ist zwar wahr, dass der Körper in Zeiten ohne Nahrungsaufnahme auf seine Energiereserven zurückgreifen muss, aber das bedeutet nicht, dass er automatisch die Muskeln abbaut. Solange du genügend Protein zu dir nimmst und regelmäßig Sport treibst, wirst du während des Intervallfastens keine Muskeln verlieren. Mythos Nummer 3. Intervallfasten und Kardiotraining sind nicht gut für den Muskelaufbau. Auch dies ist ein Mythos. Während kurze intensive Kardioeinheiten tatsächlich den Muskelaufbau hemmen können, ist das bei längeren, moderaten Kardioeinheiten nicht der Fall. Im Gegenteil, Kardiotraining kann sogar dazu beitragen, die Durchblutung zu verbessern und damit den Muskelaufbau fördern. Mythos Nummer 4. Während des Intervallfastens muss man besonders viel Protein zu sich nehmen, um Muskeln aufzubauen. Auch dies ist nicht wahr. Es ist zwar wichtig, dass du genügend Protein zu dir nimmst, um den Muskelaufbau zu unterstützen, aber das bedeutet nicht, dass du während des Intervallfasten besonders viel Protein zu dir nehmen musst. Stelle sicher, dass du genügend Protein zu dir nimmst, um deinen täglichen Bedarf zu decken, aber es gibt keinen Grund, während des Intervallfastens mehr Protein zu sich zu nehmen als sonst. Wir hoffen, dass wir einige Mythen über Intervallfasten und Muskelaufbau aufklären konnten und du jetzt besser verstehst, wie du während des Intervallfastens Muskeln aufbauen kannst. Es ist wichtig, dass du regelmäßig Sport treibst und auf eine auszureichende Protein zuvor achtest, um den Muskelaufbau zu unterstützen, aber Intervallfasten selbst ist kein Hindernis für den Muskelaufbau. Eine Sache, die du beachten solltest, ist, dass Intervallfasten nicht für jeden geeignet ist. Wenn du gesundheitliche Probleme hast oder in der Vergangenheit Probleme beim Fasten hattest, solltest du vorher mit deinem Arzt sprechen. Auch wenn du schwanger bist oder stillst, ist Intervallfasten möglicherweise nicht die beste Wahl für dich. Wir hoffen, dass wir mit diesem Video einige nützliche Informationen liefern konnten und wünschen dir viel Erfolg bei deinen Zielen. Bleib dran für weitere interessante Videos. Bis bald! Hey, danke, dass du dir mein Video angeschaut hast. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Benachrichtigungen und klicke auf den Link in meinem Profil, um an meinem Gewinnspiel teilzunehmen. Du könntest das neue iPhone 14 gewinnen. Viel Glück dabei!